Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 45 des Sims 3 Lebensfreude Let's Plays. Ja, heute ist Liebestag, Kim ist als Erste aufgewacht und ja, Astrid Pertridge ist wohl umgezogen. Ja, Benjamin hat Stimmungsschwankungen. Ja, bla bla. Und ja, hier, Nelly Cho und Tony Little Tissot, das sind Teenager, die wollen jetzt heiraten, das habe ich als Meldung bekommen und ja, das war es sonst mit den Meldungen. Ja, heute ist Liebestag, ich weiß noch nicht genau, was wir dann den Tag heute machen werden. Ich würde sagen, mit dir, Benjamin, du möchtest mit Elissa zusammenziehen. Ja, alles klar, mit Elissa Freunde fürs Leben werden, das könnte etwas schwer werden, wenn ihr zusammen seid. Ich würde sagen, du gehst dann vielleicht nachher mal zum Frühlingsfest, aber erst mal isst du ein bisschen. Dann kannst du mal hier den Motor aufheulen lassen und an der Karosserie arbeiten. Und zwar geht das am Auto arbeiten, bis Geschicklichkeit steigt. Nö, arbeite mal eine Stunde lang und dann noch am, nee, Quatsch, nicht an der Karosserie, sondern am Motor arbeiten eine Stunde lang und dann eine Stunde lang an der Karosserie arbeiten. Und ja, Mensch, ihr könnt hier sehen, das hier ist Tonys neues Zimmer. Es ist ganz im Asia-Theme, wie ich ja sowieso schon vorhatte, weil er ja, was war seine, genau, er ist Einzelgänger, das heißt, er ist lieber alleine und diszipliniert. Das heißt, er wird der totale Kampfsport-Fan. Der hat ja auch einen kleinen Bonsai, das denke ich mir passt auch ganz gut. Das Bett ist, glaube ich, aus dem Store, das war ein kostenloser Download. Oder es ist sogar wirklich aus Reiseabenteuer, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann habe ich mir hier so ein, habe ich hier so ein hübsches Panda-Bild hingehängt. Dann hat der hier auch einen Panda auf der Kommode stehen und Fächer und dann hier so einen kleinen, seinen Schulranzen und einen kleinen Schreibtisch und Zeichnungen von ihm. Und irgendwie leckt es gerade sehr. Das ist sehr scheiße, aber ja, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Dann, dann wollte ich noch irgendetwas sagen. Ja, genau, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da habe ich einmal ein Bild. Ach ja, ich habe Tony natürlich auch umgestylt. Das hier ist sein Schlafanzug mit den Minions, total süß. Und er hat die gleiche Frisur, weil die einfach immer noch so schön ist. Und ja, das ist jetzt Tony. Ja, ich habe ihm als Instagram-Story, habe ich ein Foto von ihm gemacht, wie er umgestylt wurde. Und das Zimmer habe ich auch auf Instagram geteilt. Also wenn ihr Instagram habt, dann folgt mir da super gerne. Der Link, also mein Name ist immer in der Infobox, in der Videobeschreibung. Und auch am Ende vom Video, im Endscreen, könnt ihr auch meinen Instagram-Namen sehen. So, dann ist, glaube ich, diese Folge kommt, glaube ich, Montag nächste Woche. Das heißt, ich habe dann schon, dann war schon Weihnachten. Ich hoffe natürlich, dass ihr einen wunderschönen Weihnachten habt, einen wunderschönen Weihnachtsfeiertag hattet. Den 24. Ich glaube, das kommt am 25. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, genau, am 25. kommt das. Dann kann ich euch ja immer noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und ich werde das auch noch in den anderen Folgen sagen, wenn ich daran denke. Ich vergesse das ab und zu mal, weil, ja, Siebhirn und so weiter. Aber ich würde sagen, jetzt beschäftigen wir uns hier mal mit dir, Toni. Du darfst aufs Klo gehen und duschen solltest du vielleicht auch. Und danach kannst du, oh Gott, einfach mal noch hier, hast du Hausaufgaben? Ja, dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen. Nee, du bekommst einfach Hilfe von Kim. Und Kim, wie geht's dir sonst so? Perfekt. Dann würde ich sagen, wenn du hier fertig bist mit Essen, spülst du das Ganze ab. Das sämtliche Geschirr, genau. Und du, Timmy, du schaust fern und möchtest gerne das Bett machen. Das kannst du dann natürlich auch noch tun. Ich würde sagen, du willst fünf Objekte verbessern. Joyty so als besten Freund gewinnen. Das entferne ich mal. Und dann kannst du hier danach das Bett machen. Und dann möchtet ihr auch alle zum Frühlingsfest gehen. Ja, das ist natürlich klar. Wenn Liebestag ist, dann kann ich das verstehen. Es ist nur ein bisschen komisch, dass du dich hier hinsetzt. Ich meine, das ist schön, dass du dich zu den anderen setzt. Aber von hier sieht man ja nicht wirklich was. Ich könnte mal umschalten hier auf Kids Zone einfach. Oh, wie süß die Häschen. Ja gut, das kannst du dir auch angucken von mir aus. Und du, Kim, du kannst danach noch vielleicht mal deinem Bruder eine freundliche Textnachricht schicken. Och Mann, ey, Chocolate. Du nervst mich gerade richtig. Hör auf, die Postbotin zu jagen. Das gibt's doch nicht. Die hasst dich schon. Ha, oder hab ich ihr gesagt, dass sie ihr hinterher rennen soll? Das ist doch echt unmöglich. Das ist was, was mich so unglaublich, so unglaublich nervt. Also, so extrem genervt war ich schon lange nicht mehr von Haustieren. Die hören auch immer auf mit komischen Aktionen und machen irgendwas wildfremdes anderes, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass sie das tun sollen, was sie tun sollen. Und das ist was, was mich wirklich, wirklich ärgert. So, und du füllst hier den Napf auf. Und wie ist das jetzt mit den Hausaufgaben? Ja, mach dir die jetzt ernsthaft im Bad. Dann mach sie halt im Bad. Ist mir egal. So, und du sollst jetzt hier nicht negativ reagieren auf den Fernseher, sondern kauen. Meine Güte. Ich weiß, wieso ich im privaten Spiel eigentlich nie mit Haustieren spiele. Genau deswegen. Ich mag Haustiere wirklich sehr. Aber bei Sims... Oh, was ist das denn hier? Den Tanz hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ja cool. Ich glaub, ich mach aber mal den Fernseher aus. Obwohl, wenn, wenn dann hier, äh, Tony die Hausaufgaben gemacht hat, dann darf er mal ein bisschen fernsehen. Und du, Katze, was machst du? Herumrennen. Ja, kannst du machen. Vielleicht solltest du aber mal ein etwas kratzen. Das ist ja schade, dass sie nicht an einem Baum kratzen kann, weil das wäre ja eigentlich... Eigentlich normal. Ja, dann kratz halt hier am Kratzbaum. Und du hast jetzt... Machst das hier im Schlafanzug. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Naja. Du kannst mal, wenn du hier fertig bist, die Rechnungen bezahlen und die Post nehmen. Und dann musst du mal deinen Hund unbedingt ausschimpfen. Ähm, hier. Nein, Quatsch. Bloß nicht befehlen, das Haus zu bewachen. Dann wird's ja nur noch aggressiver. Ausschimpfen für aggressiv sein. Und danach loben für... Nicht zerstörerisch sein. Die Rechnung brauchst du nicht bezahlen. Das kannst du, Kim, machen, Kim. Nein! Hör auf! Meine Güte! Recycle das und lies von mir aus die Zeitung. Und dann nimm die Rechnung und bezahle... Äh, zahle die Rechnung und nimm die Post. Und das sieht aus, als würdest du nackt da sein. Deshalb... Ich würde sagen, du hast jetzt genug fern gesehen. Du darfst das Bett machen. Und danach isst du auch mal ein Stück vom Kuchen. Und ja, ich würde sagen, ähm, du willst ein Buch über Logik kaufen und einen Schachtisch kaufen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal mit dir hier in die Bücherei. Und dann kannst du... Hier ist doch bestimmt auch ein Schachtisch, oder? Wow. Ähm, okay. Achso, ich dachte schon, das ist ja aber oberleer. Total leer hier, meinte ich. Dann gibt es hier keinen Schachtisch. Nee, aber eine komische Starshoe Chesterfield. Ich würde sagen, du kannst mal einfach hier Schach spielen. Ja, okay, jetzt geht er weg. Okay, gut, das ist gut. Du wirst jetzt hier... Jetzt geht's doch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los mit euch Hunden hier? Ja, meine Güte. Und die Zeitung soll mal hier weg. Hast du sie jetzt ausgeschimpft? Ausschimpfen für hyperaktiv sein. So, blöder Hund. Meine Güte. So, dann würde ich sagen, umarmst du sie aber danach. Und dann bürstest du die gute Chocolate. Und dann bringst du ihr mal einen Trick bei. Denn, ja, kann nie schaden, ne? Du willst auf den Sitzsack drauf springen, von mir aus. Aber du kannst auch einfach mal hier... Wow, sie will aber viel jagen. Dann würde ich sagen, gehst du mal hier... Kann sie nicht etwas Bestimmtes jagen? Komisch, ich dachte, das ging. Ähm, das ging doch. Na gut, dann schleicht dich an die Beute ran. Und meine Güte, erschreckt euch nicht jedes Mal, wenn der Fernseher an ist. So, ich mach den Fernseher jetzt aus. Hallo? Jetzt, Fernseher ist aus. Und du? Du musst aufs Klo. Dann mach das. Und, ja, was machst du hier? Du spielst Schach, du liest die Zeitung, du gehst aufs Klo und willst danach fünf Objekte verbessern. Ich würde sagen, du kannst mal das Klo hier verbessern. Was war das? Och, nee, nicht schon wieder. Gibt's doch nicht. Warum sind hier immer so viele nervige... Verscheuch den Waschbär. Und dann... Nimm den Mülleimer. Mann, Mann, Mann. Oh, Textnachricht von Maximilien. Oh, 13 Meldungen haben wir. Einmal Hotspot, Hotspot, Hotspot. Alpakas machen Lamas platt. Marissa hinterlässt, ist gestorben. Strammer Junge geboren. Im Tissot-Haushalt. Okay. Ein neues Kind mal wieder. Ähm... Max möchte eine Party machen. Ah. Da würde ich sagen, gehen wir natürlich hin. Und zwar allesamt. Und, äh, wer bist du denn hier? Trevor-Chan. Der hat wohl... Hm, naja. Ich würde sagen, dass ich teilweise auch mal den... Ah, hier wird gefangen. Okay. Dass ich teilweise mal ein bisschen Custom-Content aussortieren muss, weil das geht jetzt langsam nicht mehr, dass die da immer... Sunny McAdams hat einen Liebesbrief geschrieben. Tony hat Schreiben gelernt. Und so weiter und so fort. Wir sind noch nicht am Verzweifeln, bemerkte Gunnar Tissot, als er neulich mit Alexis Tissot auf Haussuche war. Aber man weiß ja nie... Man weiß ja, wie der Partner bei so etwas sein kann. Immer so hartnäckig hoffentlich... Wir uns bald... Wird uns bald ein neues Haus zum Verkauf angeboten. Okay. Die jüngste Hochzeit zwischen Gunnar und Alexis Tissot ist Stadtgespräch Nummer 1. Ja, ja. Den kenne ich nicht mal. Doch, Gunnar Tissot war, glaube ich, das erste Kind von Lola und Max, meine ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, weiter geht's hier. Ich würde sagen, ihr geht dann jetzt alle zur Party. Da gibt's Fett-Party. Da gehen wir alle hin. Und zwar jetzt. Und du brauchst das Becken jetzt nicht überprüfen. Wo wohnen die denn immer noch da bei ihrem Alten? Ja, okay. Gut. Dann gehst du da auch hin. Du gehst... Dann da auch hin. Und du... Tony... Gehst da auch hin. Oh, und die einzigen, die drin sind, sind Max und... Und... Oh nein, jetzt haben die alle das Taxi genommen. Das ist ja blöd. Na gut. Ähm, ja, du kannst aufhören. Jetzt nehmen die alle einzelnen Taxi und zahlen dafür 15 Simoleons. Naja, egal. So. Ach. Was ist das denn alles hier? Und wer bist du? Du bist Sunny McAdams. Okay. Das sieht ja alles ganz schön... ganz schön neu aus hier. Oh, du willst einen Streich in der Schule spielen. Stimmt. Du willst ja auch noch Eier auf das Haus von Mark Möhrchen werfen. Wo wohnt der denn? Hier? Das geht jetzt leider gerade nicht. Da müssen wir mal schauen, wann das das nächste Mal geht. Ähm, nein. Das wollte ich nicht. Du sollst jetzt... Hallo? Gehst du mal hier auf die Party? Ich verstehe nicht, warum die Sims immer irgendwas abbrechen. Also dann solltest du vielleicht mal erst mal noch hier aufs Klo gehen. Was ist mit dem Spiel gerade los? Nein, die Dusche säubern brauchst du nicht, sondern du kannst einfach duschen. Und dann gehst du hier bitte endlich zu dieser Party. Okay, alles klar. Dann halt nicht. Dann gibt es halt für dich keine Party. Das ist mir jetzt egal. Du könntest mal aber mit danach mit Chocolate spazieren gehen. Fällt mir gerade auf. Sorry, dass ich hier immer so hin und her switche. Wie geht es dir, Chocolate? Oh, du hast sehr viel Hunger und musst pieseln. Dann würde ich sagen, gehst du mal vielleicht erst mal hier. Hier hin pieseln. Obwohl, nee, du gehst erst mal fressen. Hier aus Napf fressen. Und dann, wenn ihr fertig geduscht habt, geht... Äh, wenn Benjamin fertig geduscht hat, dann geht ihr zu... Feenpark? Wo ist das denn? Hm. Ähm, würde ich sagen, geht ihr zum... Zum Showpark? Nö. Ihr geht dann mal zu Angela's Bistro. Bistro. Du bist immer noch hier. Du brauchst jetzt auch nicht mehr zur Party zu gehen. Das passt schon. Wenn die zwei Eltern dahin gehen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ach, das ist eine... Eine... Poolparty ohne Pool. Das ist natürlich super. So, das ist das Haus hier. Es war ja nur konzipiert für eine kleine Familie. Deshalb ist das... Wann sind das viele Haustiere? Wer bist du denn? Berli Lowe. Und du bist Viola Mendoza. Und du bist Yvette Carrasco. Okay. Hier sind also sehr viele Tiere. Und Timmy, du könntest mal eigentlich... Äh, nee, lasst mal das Techtelmächtel, bitte. Sammel mal hier bitte den Stein auf. Und hier ist Max. Und ihr möchtet beide zum Frühlingsfest gehen. Ach Gott, stimmt. Kim will ja noch ein Kind bekommen. Das hatte ich ganz vergessen. Und wo ist Lola eigentlich? Daisy Grayson. Koketten Witz anhören. Ja, das könnt ihr machen. Ah, hier ist... Ach ja, hier unten war so der... Der Bastelkeller. Mira Möhrchen ist hier. Die hat aber eine tiefe Stimme. Naja. Ja, das fällt mir jetzt gerade erst hier auf, dass die eine sehr tiefe Stimme hat. Und dieses Haus ist sehr nüchtern dekoriert. Und wer bist du? Ach ja, du bist Lilly. Ach Gott, bin ich vergesslich. Oh Leute, jetzt rennt doch nicht alle in das Kleinkinderzimmer. Oh was? Ja gut, Max. Das ist gut. Lass dich nicht von irgendwelchen komischen Leuten anflirten. Risikoreiches Techtelmächtel. Ja. Ja, warum nicht? Mach das ruhig. Ich meine, wenn du dir sowieso wünschst, noch ein Kind zu bekommen, dann ist das ja auch ganz normal. So, Kim Tiso hat soeben die Party von Max Tiso besucht. Ein paar Fotos von einer flotten Party machen sich doch immer wieder gut im Album. Ja, finde ich auch. Passt schon ganz gut. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig, dass ihr jetzt hier einfach so in ein fremdes Haus geht. Und hier wird was zerstört von den ganzen Hunden mal wieder. Das ist natürlich richtig doof. Aber naja. Kann man nichts machen. Warum sind denn hier auch schon wieder so viele Meteorsteine? Jetzt kümmere dich doch endlich um dein Baby, wenn das so schreit. Meine Güte. So, und jetzt gibt es hier ein risikoreiches Techtelmächtel. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, so auf einer Party ganz woanders. Da mache ich mal hier so ein paar Fotos von. Denn, ja, risikoreiches Techtelmächtel am Liebestag ist doch eigentlich auch mal was ganz Schönes. So, so. Und, ja, ich glaube, das werde ich natürlich nicht als Thumbnail nehmen, aber... Oh, das ist ja süß mit dem Rosenblumenstrauß. Das ist ja hübsch hier. Die rosa Rosen. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ja, und wer ruft jetzt wieder an? Ja, das war mal eine kurze Aktion hier. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt schwanger wird. Weil 10% ist ja jetzt nicht so die Riesenwahrscheinlichkeit. Dann geh mal hier ans Smartphone ran. Und du zieh dich bitte wieder um. Und zwar zu Alltagskleidung. Denn es ist Frühling und es ist wahrscheinlich... Es sind 5 Grad, da sollte man vielleicht nicht unbedingt in, in, ähm... Dings unterwegs sein. Ich habe gerade den Namen vergessen. Massenabfertigung. Gehe zum Theater und verdiene dort als Rausschmeißerin, bevor die Zeit abläuft, um etwas Geld zu verdienen. Ja, wir nehmen es mal an und machen das mal, denn... Wir haben jetzt hier gerade sowieso nicht ganz so viel zu tun. Timmy, du hast dich daneben benommen. Zeit zu gehen. Ja. Kim, du hast dich daneben benommen. Zeit zu gehen. Da hat er wohl rausgefunden, dass die beiden Getechtel mächtet haben bei ihm im Schlafzimmer. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen, ähm, strange. Also wenn, wenn bei mir jemand, äh, mit jemand anderem in meinem Bett auf einer Party von mir schlafen würde, dann, äh, würde ich, fände ich das, glaube ich, auch nicht so super. Du bist hier spazieren gehen und du, was machst du? In der Badewanne spielen? Nee, Quatsch. Geh mal erstmal hier. Geh mal hier aufs, äh, Katzenklo. Dann friss aus dem Napf. Und, ja, Mensch, du spielst hier immer noch Schach. Wie viel, wie viel Logik hast du? In vier. Stufe vier schon. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal mit dir in den Buchladen hier. Und kaufen ein Logikbuch, denn das hast du dir ja auch gewünscht. Den Schachtisch werde ich jetzt aber wieder entfernen. Chocolate Männchen machen beibringen. Nee, das werden wir nicht mit dir machen. Einen Backstand kaufen. Könnten wir eigentlich mal machen. Ja, das wäre eigentlich vielleicht gar keine so schlechte Idee. Dann kriegt er noch einen Ofen. So, und ihr seid jetzt beim Bistro angekommen hier hoffentlich. Dann kannst du eigentlich gleich mal hier was essen gehen. Ähm, dann machen wir mal hier Fähigkeit, Logikband 2 brauchen wir. Ähm, Logikband 2 hier. Objekt kaufen und dann würde ich sagen, gehst du hier essen. Andere gibt's nicht, deshalb geh mal alleine essen. Ähm, wo war der Showpark? Ach, hier war der Showpark. Okay. Hier ist Little Tissou, ist mal wieder niemand da. Oh, und dann müssen wir natürlich schauen, ähm, hat der gut, sind bei den Möhrchens welche da? Nee. Warum sind hier niemand, nie Leute da? Dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen hier hin. Hier hin gehen nachher und du kannst dann auch wieder nach Hause gehen. Ja, oder mit, wer bist du nochmal? Ähm, da muss ich jetzt schnell schauen. Das ist nämlich, glaube ich, der eine Tissou, der ganz schrecklich aussah. Teresa Brady und das ist Tony Little Tissou. Ist der überhaupt noch ein Teenager? Da muss ich mal gleich schauen. Nein. Ähm, so mit dir hier. Ich glaube, der ist noch ein Teenager. Ja, aber eigentlich sollte er schon längst kein Teenager mehr sein, sondern der ist nur noch ein Teenie, weil ich ja das Alter vorgeschoben habe für die Runaway Teen Challenge. Ich glaube, ich ändere mal eben ganz geschwind das Alter wieder. Und dann muss ich daran denken, hier, ich hatte 15 Tage. Dann muss ich daran denken, dass ich das Alter wieder zurückändere, wenn, und dann mache ich hier auch wieder 8 Tage draus, Kinder. Dann muss ich daran denken, dass ich das Alter wieder zurückändere, wenn ich das Spiel beende. Ja, sonst haben die ganzen Leute Geburtstag in der Runaway Teen Challenge und das ist doof. Eigentlich hätte ich dafür einen extra Spielstand machen müssen, weil das Alter immer wieder zu ändern ist doof. Ja, du bist hier jetzt am Essen und danach gehst du mal zu Marc Möhrchen und dann werde ich den resetten und dann wirst du Eier an seine Haustür werfen. Was machst du? Du sollst bitte wirklich hier als Rausschmeißer arbeiten und nicht einfach wieder aufhören, die Aktionen abbrechen. Und du, du kannst jetzt auch mal nach Hause gehen. Die Party war schon in Ordnung soweit. Du könntest mal einfach, wenn du gerade schon Lust hast, hier zum Frühlingsfest gehen. Das ist dann jetzt zwar irgendwie kein so ein richtiger Familientag gewesen. Ja, ich habe die Lebensdauer verändert und das ist gut so, aber das ist mir jetzt auch gerade egal, denn du hörst auf und gehst nach Hause und da gehst du dann einmal aufs Klo. Dann isst du etwas vom Kuchen und dann kannst du hier Logikband 2 lesen. Äh, nein, was machst du? Hier hin lesen, hier hin lesen. Ein Elixier bekommen? Nein, das werden wir nicht tun. Du bist hier immer noch am Essen. Das ist schön. Du bist hier immer noch am Rausschmeißer arbeiten und du bist hier am Bürsten. Hallo, geh nach Hause. Meine Güte. Du musst dich unbedingt um Joy kümmern. Hier, lass mal deine Hand beschnüffeln. Oh, das ist süß. Dann gib der Guten ein Leckerchen. Dann rede mit ihr und dann umarme sie. Oh Gott, das ist so süß. Joy ist schon ein echt süßes Kätzchen. Oh, wie sie sich da so lang zieht. Das ist so süß. Okay, dann, ähm, ja, solltest du vielleicht dich mal hier beeilen. Kim war in einem Hotspot des Nachtlebens. Hä? Wie? Johnny Tissot und Benni Möhrchen erzählen, ach ja, jetzt sind die alle schon wieder hier zusammen, Mensch. Das ist echt krass. So, und du? Du kannst jetzt mal dich hier um Joy kümmern. Dann kannst du sie mal noch bürsten. Und dann kannst du sie loben für abenteuerlustig sein. Und das Tier mal baden. Stinkst du etwa? Nö, dann brauchen wir sie nicht baden. Sie hat mal wieder nur Schrott gefunden. Das ist echt schade. Das wäre ziemlich cool, wenn das, ähm, kannst du sie mal hier noch umarmen. Und bürsten wäre eigentlich ganz schön. Und dann könnt ihr mal zusammen Spaß haben. Und du bist hier am Lesen. Das ist perfekt. Oh, du willst dem Tier einen Schmatzer geben. Das ist ja süß. Dann machen wir das mal hier. Dann, ähm, kannst du das mal so hier machen? Ähm, wo ist das denn? Geht das noch gar nicht? Dann umarme sie einfach nochmal. Bitte. Bist du jetzt hier drüben bei... Genau, du bist da drüben. Okay. Kannst du jetzt... Nein, dann werde ich mal den guten Mark resetten. Reset Sim. Mark... Na, was mache ich? Mark Möhrchen. Der müsste da jetzt ja irgendwo drin sein. Und dann darfst du jetzt hier den Streich, die Eier werfen, spielen. Und ja, dann müssen wir auch noch die Ballkönigskrone aufheben. Und dann muss er noch das Buch lesen. Das heißt, er sollte dann auch bald mal nach Hause gehen. Und er sollte die Hausaufgaben machen. Sonst wird das nix, dass er hier als, ähm, Bester in der Schule wird. Und das wäre ja doof. So, dann kannst du dich hier... Mh, kannst du die Kleine mal streicheln? Mh, das ist so süß. Mh, weißt du, das hat der Benjamin doch auch gemacht. Dieses... Nur mit der Chocolate dann. Mh, so süß. Tier baden? Nee, wir müssen doch das Tier nicht baden. Ich will jetzt endlich, dass du hier ihr einen Schwatzer geben kannst. Oder versteht ihr euch immer noch nicht so gut? Na, ihr seid nur Freunde. Okay, dann, ähm, jagen ist natürlich jetzt doof. Würde ich sagen. Umarmst du sie nochmal und streichelst sie nochmal. Und dann setzt du sie ab. Wo stand das hier? Tier absetzen, genau. Oh, die Joy ist echt so eine Süße. Okay, dann, ähm, kannst du mal hier... Ach ja, wir wollten ja hier den Muffinstand kaufen. Dann würde ich sagen, kommt der Fressnapf hier hin. So, ein bisschen mehr hier rüber, sodass die Tiere dann von der Seite kommen. Und dann kommt hier der Ofen hin. Ähm, der Herd hier. Da müssen wir mal die Farbe ändern, weil das ist keine schöne Kombination. Am besten hier ohne diese hässlichen Aufdrucke. Und dann bitte in... Nicht in grau, aber vielleicht so in... Mh... Ja, lila Herd ist doch cool. Und dann hier auch mal lila ein bisschen. Und diese Ofenklappe wird sehr dunkel. Und diese Anzeige wird auch dunkel. Ne, ganz hell. So, das passt doch gut. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber... Meine Güte. Es ist nur ein Spielzeugofen. So, und dann würde ich sagen... Kommt hier noch irgendwo der Verkaufsstand hin? Wo ist denn der? Ist der hier überhaupt? Ähm... Bin ich irgendwie blind? Verschiedenes vielleicht? Äh... Hä? Dann Unterhaltung. Verschiedenes. Ist hier der Muffinstand? Och nein, wo ist der denn jetzt? Gibt's doch nicht bei Party. Die sind doch bestimmt nicht. Hobbys und Fähigkeiten. Ich sortiere das mal nach Lebensfreude. Äh, nein. Das ist die... Das ist das Falsche. Ich glaube, ich bin blind. Gibt's doch nicht. Wo ist das denn? Ah, wahrscheinlich bei Oberflächen, ne? Und dann Verschiedenes. Nö. Hä? Muss ich das verstehen? Kann doch nicht sein. Okay, dann mach ich das so draußen. Outdoor-Aktivitäten. Warum ist das Chemielabor eine Outdoor-Aktivität? Ach, nee. Ich find das nicht. Kann doch nicht sein. Ich hab doch das letztens erst in meinem privaten Spielstand platziert. Und da hatte ich's gefunden. Hatte ich das denn platziert? Gartenstühle vielleicht? Nee. Ich glaub, ich bin doof. Ähm. Kinderzimmer. Möbel. Hier ist nichts. Spielzeug. Hier. Ach, das ist Traumkarrieren. Na, dann ist kein Wunder, dass ich das nicht gefunden hab. Ähm. Gehört das so rum? Oder so rum? Nee, so rum, glaub ich. Ähm. Ja. Das würd ich mal sagen, platzieren wir einfach mal so hier hin. Und dann können wir mal hier... ...mit dir, wenn du hier... Nö, du hast jetzt genug gelesen. Du kannst jetzt mal hier ein... Oh. Oh nein. Shit. Ihr Randalierer kommt euch wohl besonders clever vor mit euren dummen Streichen. Die Polizei von Hidden Springs ist gekommen, um den Treiben ein Ende zu bereiten. Mitkommen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so toll. Dann darfst du hier mal ein Blech backen mit Vanillemuffins. Und danach noch ein Blech backen mit Blaubeermuffins. Und dann schauen wir mal, wie es bei dir aussieht hier. Tja, das ist jetzt wohl nicht ganz so gut gelaufen. Ist leider sehr dunkel hier. Das heißt, für ein Bild... Wer bist du denn? Kaiser Pferd. Okay. Und du bist schon im Auto, oder wie? Na toll. Dann werde ich mal einmal hier ein Foto von machen. Und dann werden wir dir aber weiter... Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte weiter folgen. Damit ich hier gleich die... Das Foto machen kann, wenn die beiden aussteigen. Wenn sie daheim sind. Ja, natürlich. Da muss man mit heulender Sirene fahren. Weil das ja so ein grauenvolles Verbrechen ist. Jemandem Eier vor die Tür zu werfen. Ja, wie? Ist der Polizist jetzt... So. Jetzt kriegst du leider Ärger. So, da ist einmal das Polizeiauto hier. Dann würde ich sagen... Wirst du jetzt mal gleich von Timmy ausgeschimpft, wa? Das ist jetzt natürlich nicht ganz so schön. Warum hast du deine Abendkleidung an? Oh Mann, Zimsel. Warum werfen die immer alles durcheinander, was die Kleidungsstücke angeht? Das verstehe ich nicht. So. Ähm, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte runter. So. Dann. Das war natürlich blöd. Jetzt hat er Hausarrest, wa? Es reicht. Du hast Hausarrest, du Bengel. Denk nicht einmal daran, dieses Haus zu verlassen. Das ist natürlich jetzt sehr blöd. Oh, jetzt macht er aber gleich freiwillig hier Hausarbeiten. Das ist auch gut. So. Und bist du mal langsam fertig hier mit dem Rausschmeißer-Dienst? Nein, Timmy. Ja, toll. Jetzt kann er die Hausarbeiten natürlich nicht machen, wenn du das alles schon machst, du Zwangsneurotiker. Nein, du brauchst es jetzt nicht mehr säubern. Aber du kannst mal die Dusche säubern. Du kannst... Das Klo muss nicht gesäubert werden. Gibt es denn hier noch irgendwas? Du kannst mal... Ähm, du kannst mal dein Bett machen. Du kannst... Das Bett ist schon gemacht. Du kannst das Bett von deinem Bruder machen. Du kannst den Kram hier aufräumen. Und sauber lecken. Nee, lass mal. Du musst das jetzt nicht zwingend machen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben schnell... Jetzt ist 9 Uhr abends, wenn du nach Hause kommst, Kim. Ich packe mal den Vanillemuffin hier in den Kühlschrank. Dann kannst du hier einmal ein Kuchenstück dir nehmen und dann noch gemütlich fernsehen. Und du kannst mal den Backbericht lesen. Denn, ähm, damit... Da kann man ja dann sehen, hier Backbericht lesen. Achso, du hast hier die Blaubeermuffins im Inventar. Die packe ich mal raus. Nachher verschimmelt das noch. Und wenn du die Betten gemacht hast und das abgespült hast, dann solltest du mal deine Hausaufgaben machen. Und du, ähm, hörst mal auf zu tanzen, sondern du kannst mal hier trainieren. Und der Katzenkratzbaum sieht schon wieder sehr abgeranzt aus. Den könntest du auch mal bald ersetzen dann. Ach ja, und du solltest vielleicht dann mal dein Outfit noch wechseln. Backbericht. Über Nacht hat sich der Vanillemarkt stabilisiert und die Nachfrage nach Vanilleprodukten bleibt konstant. Nach den gestrigen Überstunden im Verkauf bleibt die Nachfrage nach Schokoladenprodukten konstant. Aufgrund eines unvorteilhaften Regierungsberichts von gestern ist die Nachfrage nach anderen Waren nahezu null. Okay, dann würde ich sagen, hörst du mal auf mit deinem imaginären Freund zu spielen, sondern verkaufst hier mal Vanillemuffins, ein paar? Oh nee. Und dann bitte schimpfe sie aus. Ausschimpfen für zerstörerisch sein. Und dann, ähm, mach mal die Vanillemuffins. Vanilleprodukte, ja, vier Simoleons, das dürfte reichen. Und dann, kann man ja Tisch decken, ist das das? Hm, keine Ahnung, ich weiß das jetzt gar nicht genau. Tisch decken, vielleicht kommen dann ja Sims und verkaufen uns hier was. Verzeihen, oh, das ist ja süß. Das ist ja süß, die beiden, ey, die verstehen sich richtig gut. Gut, wahrscheinlich hat, äh, Kim gesehen, dass er sich hier bemüht im Haushalt. Und dann sind die beiden jetzt wieder versöhnt. Oh, das ist ein komisches Gesicht hier. Ähm, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier näher ran. Und ich würde sagen, ich beende dann den Part. Auch 37 Minuten geht da jetzt schon. Meine Güte. Ich glaube, ich habe zu viel Stop and Go gemacht. Oh, das war jetzt natürlich, ähm, völlig umsonst. Dann würde ich sagen, ähm, kannst du mal hier deinen Sohn umarmen. Umarmen wäre sehr schön. Umarmen. Und dann musst du mal unbedingt aufs Klo das Klo benutzen. Und danach Fernsehen. Und du, Benjamin, du machst jetzt noch deine Hausaufgaben. Und danach gehst du ins Bett. Und ich würde sagen, ich werde jetzt den Part hier beenden. Denn, ja, der ist schon wieder viel zu lang. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer so lang brauche für Sims Lebensfreude. Ähm, keine Ahnung. Ja, wir sehen uns in einem neuen Video. Und ich hoffe natürlich, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Don't try and fool me. I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... I'm a... Hello, all of you nice people there in St. Louis. Thought you'd like to see some... See? With every power I'm into the team. Preparing for... ... ... ... ... ...